Hey hallo hallo. Tja, ich habe mir jetzt gerade was überlegt. Und zwar, ich schreibe ja gerade am Buch und ich habe mir jetzt überlegt, weil ich gerade so ganz großkotzig auf Social Media gepostet habe, er hat noch ein Buch in Arbeit und so weiter und ich habe schon ein bisschen eckige Augen und im Gesicht wächst da einiges zu und auch da oben war es schon lange nicht mehr so lange, mache ich jetzt eine Challenge. Ja und zwar, solange bis das Buch nicht draußen ist, wächst Hals aufwärts alles was so wächst. Ja, das heißt, ich schwöre wirklich, ich habe glaube ich seit, ich vermute mal 20 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, so lange Haare gehabt. Ja, ich lasse jetzt da Beinhardt wachsen und zwar so lange, bis das Buch draußen ist. Was sagst du dazu? Beinhardt, okay, also Daumen hoch, liken, kommentieren, keine Ahnung, mach was du willst, ich hau das jetzt einfach raus und ja, that's it. Um was das neue Buch geht, ein paar wissen schon Bescheid, der Rest wird es noch erfahren, es kommt noch einiges und naja, wenn es weitergeht, ist es nicht das Letzte. Also, ich muss in die Kamera schauen, ich schreibe gerade Buch, wie man richtig Videos macht und ich mache gerade alles falsch. However, es geht los. Also, Herzchen, Daumen, kommentieren, Volk aus, jetzt bist du dran. Ciao.